Du arbeitest mit Injektionssystemen? Dann habe ich jetzt für euch sieben praktische Tipps. Bleibt also drin. Hi, mein Name ist Stefan Huber, ich bin Zimmermeister und technischer Trainer bei Fischer. Mit Injektionssystemen können wir in Beton hohe bzw. die höchste Laschen einleiten, aber auch die Verwendung im Mauerwerk sowie auch Pornbeton ist hier möglich. Des Weiteren könnt ihr mit Injektionssystemen punktgenau die Dosierung bestimmen, aber auch die Wiederverwendbarkeit der Injektionsmittel ist ein großer Vorteil. Kommen wir aber nun direkt zu den praktischen Tipps. Eines der wichtigsten Dinge, die wir beachten sollen, ist die Temperatur. Generell haben die Injektionssysteme eine Verwendbarkeit bis minus 5 Grad. Wenn ihr aber in kälteren Regionen verankern müsst, wie zum Beispiel bis minus 15 Grad, dann könnt ihr unseren Superbon verwenden. Müsst ihr aber bis minus 30 Grad verankern, dann empfehle ich euch die RSB, das ist die Patrone vom Superbon und hier könnt ihr bis zu minus 30 Grad verankern. Nachdem ihr euch für ein Produkt entschieden habt, müsst ihr noch die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten beachten. Die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten sind temperaturabhängig. Ist die Anwendung im Winter, dann haben wir natürlich eine längere Verarbeitungs- und Aushärtezeit. Ist die Baustelle im Sommer, dann verkürzt sich natürlich die Verarbeitungs- und Aushärtezeit. Die Daten dazu findet ihr auf dem Etikett bzw. auf der Kartuschenrückseite. Es ist zwingend erforderlich, bevor ihr die Verarbeitung mit dem Injektionssystem startet, dass ihr das Ablaufdatum bzw. Stoppdatum prüft. Das Ablauf- bzw. Stoppdatum findet ihr bei den Kartuschen auf der Rückseite und bei den Patronen auf dem Etikett auf der Vorderseite. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr etakkonform verankern. Das Ablaufdatum bzw. Stoppdatum ist nicht zu vergleichen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, das ihr kennt von einem Joghurt. Wenn dieses Ablaufdatum abgelaufen ist, dann ist dieses Produkt nicht mehr zu verwenden. Nachdem wir uns für ein Injektionssystem entschieden haben, brauchen wir natürlich noch den Statikmischer. Dieser Statikmischer wird auf die Kartusche aufgedreht. Jetzt gilt es eines zu beachten, wenn ihr fertig seid mit Injektieren, lasst bitte den Statikmischer auf der Kartusche drauf. Vor dem nächsten Gebrauch dreht ihr den alten Statikmischer von der Kartusche ab und dreht einen neuen drauf. Und somit könnt ihr wieder den Injektionsmörtel verwenden, innerhalb natürlich des Ablaufdatums. Für eine optimale Lastübertragungssicherheit ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr schaut, wie ist denn die Bohrlochreinigung. Wir haben Systeme, die müsst ihr zum Beispiel im Beton viermal ausblasen, viermal bürsten, viermal ausblasen. Oder auch hier benutzt ihr gleich einen Hohlbohrer. Und auf der anderen Seite haben wir Systeme, da braucht ihr keine Bohrlochreinigung zu machen. Wie zum Beispiel hier zu sehen, die Fischer Halbond Patrone. Es ist sehr wichtig, dass ihr die Bohrlochreinigung so macht, wie wir es auf den Kartuschen oder in der Montageanleitung vorschreiben. Warum eine ordentliche Bohrlochreinigung wichtig ist? Erstens mal, dass ihr die Lastsicherheit habt, aber auch, damit wir den perfekten Stoffschluss bekommen. Hierzu haben wir schon mal ein Video gedreht. Wir verlinken es euch unten in der Beschreibung. Wenn wir in einem Hochlochziegel verankern, dann ist es unablässlich, dass wir eine Siebhülse benutzen. Die Siebhülsen, die gibt es natürlich immer passend zum Ankerdurchmesser. Die Siebhülse wird dann ins Bohrloch eingeschoben. Wie ihr es ja schon sehen könnt, wird jetzt hier der Mörtel initiiert. Wenn wir dann die Gewindestange eindrehen, dann bleibt der Mörtel dort, wo er sein sollte, und zwar im Bohrloch bzw. um das Bohrloch herum. Damit erreichen wir den perfekten Stoff bzw. Formschluss auch in einem Hochlochziegel. Ist das Bohrloch tiefer als 15 cm, dann braucht ihr einen Staticmischer mit Verlängerungsschlauch. Dieser Verlängerungsschlauch wird ganz einfach auf den Staticmischer aufgesteckt. Und somit steht einer etakonformen Verlängerung nichts mehr im Wege. Das waren meine sieben Tipps zu den Injektionssystemen für euch. Für weitere Informationen könnt ihr gerne unsere Homepage besuchen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen möchtet, müsst ihr ganz einfach den Kanal abonnieren. Aktiviert die Glocke, schreibt doch was in die Kommentare, das würde uns auch sehr freuen. Auch wenn ihr Anregungen habt für weitere Produkte bzw. Fragen zur Befestigungstechnik, schreibt es ganz einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Stefan.